So, Spielklasse 2, männlich, die SN Noobs, nee, Noobs, die SN Noobs. Erster Platz qualifiziert fürs Landesfinale, das heißt auch die Goldmedaille für die Noobs und auch den Gutschein im Wert von 60 Euro für die Jugendherbergen im Lande-MV. So, dann können wir schon mal das nächste Team rufen. Hierin Team aus Ludwigslust ist die Frühjahrsputz, Spielklasse 4, weiblich. Auch die Qualifikation geschafft für Rostock, die Goldmedaille. Die Goldmedaille.